so was sagt mein rucksack ja gleich wohl das heißt schon was alter ich weiß nicht wohin hier so eine kreuzung und ist einfach alles zu viel das ist das denn iron die kronkommend ausgewirkt wenn nicht probieren hört nicht auf kohle wieder ohne ende hat er hat er auch noch gar nicht fertig erst was trinken hier überall noch nicht fertig irgendwie fast die hälfte wieder zurück so das haus weg immer noch man hält sich um hält sie aber trotzdem nahe so weit ist es wie wir sagen hier weg wie weit ist denn das 257 meter dubbies ich bin auch hier voll vier feile muss aber ich bin schon vier feile alter der hat voll über meinen kopf gesnipert der skelett gerade meist essen ohja bedacht pause was hast du mir mitgenommen oh meisholm lecker alter aber ich glaube wenn ich hier unten jetzt kein jemand mehr finde dann gehe ich auch nach hause ich auch nicht ich mache auch nicht mehr lange hier unten weil es wird langsam hier unten so bunt ich glaube wir sind irgendwie so ein riesen chunk drinne wo keine diamanten gibt irgendwie keine diamanten aber ein minensystem was so groß ist hoch 10 was ist das hier für eine dreckfläche wie ist es hier so eine komische dreckfläche als wäre hier ein spawner gewesen ja das hat mich auch vorhin gewundert das hat mich auch vorhin gewundert als wäre hier mal ein spawner gewesen so eine art ja ich habe das auch mal da gibt es auch normalen minecraft so das ist ja nicht vom mod generiert habe ich auch schon mal ein zwei dreimal gefunden einfach so also das hat fast die fläche und fast so ein rechteck wie als wäre mal hier ein minecrafts spawner gewesen aber der da jetzt irgendwie fehlt und das war das hier über ein hm hm ich spring gerade einfach nur so hoch um was zu gucken wo springe ich gegen äh ohr ne gegen so hässigen splitter ja ah ja diamanten ehrlich ja ich habe diamanten gefunden mal gucken wie viele sind das schweißen raus 1 2 2 3 4 5 5 5 nur 5 stück 5 stück 5 stück 5 5 stück 5 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 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 Node 9 7 9 9 10 Yb 1000 8 9 7 10 2 20 20 20 21 20 zweiunddreißig Fackeln wieder Ach Leute, das wird ja hier überhaupt nie... Dann bin ich schon mal auf Höhe 13 Ach ich geh mal direkt bis auf Bärschock runter Bist du jetzt eigentlich schon wieder hin? Hä? Irgendwo Welches Level bist du? Ich hör schon wieder Lava Äh 30 Sauber, da haben wir schon mal zwei Ey, wenn wir nachher... Ja, wir verzaufen aber noch Bücher Bücher? Oh, Bedrock Ebene! Okay, auf nach rechts nach Hause buddeln Alter... Jaaaa... Jaaaa... Ne Schlucht Jaa, Schlucht hab ich auch schon mal gesehen Ich hab so ein bisschen bei ne Schluchts gewesen Aua, Aua! Weil ich dich schon gefunden hab Willst du auch gashaft von oben attackieren? Nee, der stand direkt vor mir und hat mir voll ins Face geschossen Jaa, von mir kamen zwei Skelette von oben runter gesprungen Danach noch ein Creeper und ich hab dann noch zwei Herzen gehabt Oh, Redzone! Sooo... Ich hab jetzt ein Tutorial angeguckt über Steves Cards Ich hab jetzt auch Mods, den haben wir auch hier Den kann man, äh... Gibt's ja so... Äh... Minecraft, die kann das auch programmieren und so ein Scheiße Können die auch Tunnel, Gang bohren oder... Und die Höhlen, die, äh... bohren sollen und was weiß ich alles Das ist eigentlich voll geil Kannst du denen den Router entgeben und die... Die Farben nimmt halt ab Äh... Ich brauch schon sagen... Jo, und dir Mann! Na, was haben wir hier nicht bereit? Ja gut, Kabelstum, wenn ich das wegpacke, habe ich 1, 2, 3... Also, sag mal so, als kann man unbedingt auch schon das Kabelstum Drei Plätze noch in meiner Chest frei Am Rucksack Und dann noch halt den Rest Bezüglich, wenn ich das Kabelstum wegpralle Also... Ich kann den auch noch ein bisschen verbringen Muss ja bloß gleich wieder eine neue Spitze machen Guck mal Ja, du wirst ja wohl Rohstoffe haben, um dir eine Spitzhacke zu machen, oder? Ja, meines Aufrecher im Hintern Irgendwas wirst du ja wohl haben, ohne dass du was brennen muss Und mich grad unter Von mir aus kannst du was brennen und dir in oben hinstellen und so Ja, auf jeden Fall Jaaa Genau Da seht ihr grad ne Cave Die ist so ein bisschen auf die Wand Und dann buch ich mich grad hin und guck mal den ganzen Cave entlang So, das muss ich jetzt nur ne Schleiften loswerden Das ist glaub ich jetzt meine Technik Und Eisen Bink 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 Oh, das liegt gut, lass ich mal liegen Aber dafür krieg ich XP Okay Lava 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 Ich kann ja wieder zwei Spitzhacken kaufen Uhhh Ich hab da auch 21 Rubin Das war's knapp Mach ich mir gleich mal wieder zwei Spitzhacken auf Rubin Oh fuck 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 So Workbench nehm ich mit So Man weiß nie Boah ich mir jetzt erstmal Das entscheidende Holz Höh? Fuck Mensch Ach Dafür hab ich keinen Platz Dafür hab ich keinen Platz Direkt zum Familiensface Uhhh Alter So Wollen wir mal einen Spitzhacker aus Uhhh So So Wollen wir weiter Ist Ist alle zwei Meter so ne hässliche Lava Quelle Schön für die Redstone Oh Das ist ja den Stoff hab ich aber auch ne Lippebung Boah Wo lebe ich jetzt lang Hier lang Uhhh Gerade die ganze Lava Quelle ist mal vermeiden Warte 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 Oh Ich bin ich Oh Leute Ich bin jetzt in den Stuttdunk Ich bin irgendwie über Wege ohne dass ich mich runtergebaut habe nur über wiege sozusagen da hingekommen Ok Ok Lava Lava uuuuch weh Hotel knapp er hat da auch die und ein kälb die fahrt jemanden höchst als direkt laut höchst und so auch oder zogen die macht aber auch eine halbe ist war ich schon mal kreativer die hälfte Ich bin in Höhe 14. Ja, das ist Bad Rock, Alter. Bin Höhe. Bin Höhe 2. Ich gehe mal nicht in deine Richtung, ich gehe mal in die andere. Ich gucke mal, das wurde mich gerade hoch zu der Kay. Siehst du mich schon wieder, oder was? So, das ist nicht so richtig Diamanten mehr, aber hier hinten ist eine Cave, wo richtig viel Scheiße ist. Ja, Cave gefunden. Diamanten. Ich will jetzt echt die ganze Zeit auf Diamantenjagd. Und beziehungsweise auch anderes Zeugs. Uh, Wortanschrauben habe ich auch nie gehabt. Was soll ich denn sagen? Was bin ich denn? Ich bin im Supermarkt, oder was? Mein Regal hier. So. Weil ich bin nämlich voll jetzt. Den Scheiß können wir wegschmeißen. Und diesen Ein-Gun-Pow, oder was? Die Theorie geht auf. Ja, ich habe die ganze Zeit immer noch, ich habe, äh... Ja, sowas habe ich weggeschmissen. Einfach mitnehmen, ne, was ich dann aufnehmen konnte, habe ich auch aufgenommen. Das ist echt... Minecraft, man. Ja, dann kommt das Skelett, und das ballert sich dann in die Lage. Also, ich wollte mir, mein nächstes hier war gerade, da war es hier vorzubauen. Ich kann so die Käfer lang... Ich sehe da eine Nische in der Wand von Lavasee, wo ein Scheißkelett drin hockt und das auf mich gewartet hat. Ich habe es davor noch getötet. Ehrlich, das war ich so eine, so eine, so eine, so eine, so eine, eine, einmal zwei Nische. So eine, so eine, so eine, so eine, zwei hohe Nische. Und dann direkt da drin, war das Skelett. Das war direkt, äh, am, äh, Land des Lavasees. Ich wollte schon sagen, ist das das Iridium? Wenn du irgendwo... Oh, sie ist was ganz, ganz... Helm also richtig schlieweifeln weil sie den Video das ist ganz ganz wichtig das ist wichtig so was finden kannst also ein Prozent das ist Prozent Kette hast du was heißt es über Silber Eilern da ja Silber also es sind und habe ich noch nicht einmal gefunden der Silber er und das muss noch mal vorstellen noch heller also noch weiter ja das weiß es auch verdammt seltener scheiß wenn wir nachher mit dem Kruppi so ein 4 mal 4 also so ein 4 das dann später aber machen dann machen wir mal nicht nur noch ausbuddeln da findest du maximal 1 bis 2 muss ich vorstellen so ja nicht so nahm aus wir machen nachher irgendwo ein Feld beziehungsweise hier vorne war irgendwo Lava dann so und zwar klar und dann ja oh ja weiß wasser ja